Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und heute bin ich hier nicht alleine am Start, denn zusammen mit meinem Kollegen The Stranger von SK Gaming werden wir uns heute einer gemeinsamen Challenge einstellen, weil das ist wieder so ein House Rule Game von FIFA 20. Ich denke, das ist auch neu dazugekommen. Platz hier heißt das. Bedeutet, wir müssen uns in bestimmten markierten Zonen befinden und je länger wir in dieser Zone sind, desto höher ist unser Torwert und dementsprechend desto mehr Tore können wir dann schießen, werden mehr gezählt. Wir wissen es selber nicht ganz genau, weil wir es noch nie gespielt haben. Hast du schon mal gezockt? Nee, von daher eine geile Herausforderung für uns beide und schauen wir mal, wie er sich durchsetzt. Let's go! Alright, let's go. Let's go! Ich werde mal hier schön enge Raute ballern. Ah, ich sehe schon, da unten ist eine Zone. Das heißt, ich sorge jetzt dafür, dass du da nicht reinkommst, oder? Ja, ich bin aber dran. Und? Warte mal, und was heißt das jetzt? Ich habe den Ball jetzt ja beobachtet. Ich bin ja nicht in die Zone. Oh, da oben ist jetzt die Zone. Schau mal! Was ist da? Oh, der ladet da ordentlich auf jetzt. Zwei, ne? Nein. Ich habe den Ball jetzt ja beobachtet. Was heißt das jetzt für mich? Ich muss auch in die Zone rein, ne? Ja, ja. Oh, faul! Schiri! Da sehen wir auch mal die Zone heißen. Ah ja, ganz unten. Es gibt keine Schiedsrichter. Also es ist also wie, wie No Holds Barred. Ja. Okay. Ja, aber dann können wir uns ja komplett zerstören da drin. Das heißt, das Tor ist schon drei wert jetzt, oder? Ja, wenn ich jetzt treffe... Kacke! Nein! Oh, verdammt! Ah, ich habe so Glück, Alter! Ich kann faulen, habe ich gehört. Also ich kann einfach ihn umgrätschen, im Strafraum passiert gar nichts. Einfach rein. Krass! Ja, Jun. Wiesen, wiesen, wiesen. Oh, verdammte Kacke, Alter! Komm, 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 komm! Der glitscht mich da einfach, das ist doch nicht fair, Mann! So, let's go! Ja, das kann ich auch! Ey, das kann ich auch! Scheiße! Komm, komm! Nein! Hier, da brauchen wir nicht mal einen Foul. Ganz stark. Nein, das ist Rolette. Rolette! Easy, easy! Nein, nein! Nicht den Wacken! Jawohl, komm mal! Ach, was gibt der? Nein! Nice! Leute, komm schon! Boah, das ist so unangenehm! Nee! Nein! Oh mein Gott, was ist das denn? Alter, bist du ein Lacazette! Hast du dich auf die Bank gepackt? Ja, natürlich! Oh mein Gott! Zwei Tore! Ah, die drei waren weg! Die drei waren weg! Die drei waren weg, ne? Das wird weniger! Ah, siehst du? Ja, aber das war so gelackt, Alter! Das war ein wunderschönes verdient durch den Torsten-Treffer! Ja, das war ein wunderschönes Tor! Komm hierher! Nein! Nein! Das dauert mich hier zu lang, Jungs! Weg damit! So, wir haben jetzt... Nee, drei wird nicht rein! Ah, ist das schlecht! Komm schon, Jungs! Jetzt gönnt mal hier ein Tor, Mann! R9, bewegt dich! Aber es gibt ja kein Abseits, ne? Ach du... Es gibt ja auch kein Abseits, Jungs! Stimmt! Also einfach nur... Einfach nur... Ins Tor schießen! Es gibt kein Abseits! Rein damit! Ich wollte Kretsch! Yes! Let's go! Was denn? Zwei oder eins? Zwei! Okay, let's go! Scheiße! Ich hab nicht zu viel gelegt, sonst... Schau mal das hier! Ganz auf Entspannung! Nein! Hallo! Was hast du denn? Genau! Hey! Hey! Hallo, blockier mich! Easy, easy, easy! Alright, und jetzt nach vorne, Jungs! R9, gib keine Abseits! Let's go! Ey! Starkes Tagling, Jungs! Aber wir müssen ja wieder den Nets da rein! Hä? Halbzeit! Okay! Ey, krass! Ja, das mit dem... Dass es keine Fouls gibt und keine Abseits, das macht das halt echt brutal! Ja, Mann! Ungewohnt so! Ja! Komm, 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 komm! Da warst du Pass! Jetzt go, Jungs! Ja! Es gibt doch kein Abseits! Es gibt doch kein Abseits! Kein Abseits! Nein! Oh, sie war ein movement des Todes! Scheiße! Oh, mein Gott! Nein! 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 Das ist nicht wahr! Nein! Ich brauche ein bisschen Mut haben. Nein, nein, nein! Easy, 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 easy! So viel Zeit! Ist ja auch unfair, wie das hier hinten bei dir ist, Mann! So, Jungs, jetzt haben wir Zeit. Jetzt haben wir Zeit. So, Jungs. Da kannst du gerne den Ball haben. Nein, 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 nein. Alter, wie der Beton macht, du Schwitzer! Ganz schnell. Jetzt hier oben rein, komm. Rennen! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, es gibt keinen Absatz, aber easy. Ah, Reola, Junge. Oh, Scheiße! Ja, das haben wir doch gerochen. Nein, nein! Nein! Ein Tor nur, ist okay. Was? Da waren da eben noch zwei. Ne, da waren keine zwei. Ey, das habe ich jetzt komplett verpeilt. Ja, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, ja. Komm, jetzt mal ein bisschen aufladen, Jungs. Nein. Ah, Scheiße. Let's go! Machst du? Machst du, Junge! Was war das denn für ein Schüsschen? Oh mein Gott. Wie kann... Was war das denn? Herrlich. So muss das sein, Jungs. So muss das sein, Jungs. Oh mein Gott. Oh ja, wir sind voll. Oh nein. Was ein Fehler. Messi? Ja, Jungs. Ja, Messi, Messi. Nein! Messi! Messi! Nein! Das gibt's nicht! Wie viel Pech habe ich denn? Oh mein Gott. Wie viel Pech habe ich denn, Alter? Nein! Nein! Oh mein Gott! Also, wir können hier alle festhalten, dass du einfach Todeslack hast. Mehr nicht. Das nehmen wir mit. Schau dir das an! Was ist das? Was ist das? Wunderschön macht das. Alter, 8-2! Ey! Komm. Du brauchst noch Zeit. Jetzt holst du hier mal einen Dreierboost. Dreierboost, den habe ich mir vorher schon verdient gehabt. Hallo? Nein, nein, nein. Jetzt kombiniert hier mal schön. Komm, hau ihn rein. Na, let's go. Geht doch, geht doch. Komm, jetzt sind wir wieder dran. Jetzt sind wir wieder dran. Komm schon. Hol dir den Ball. Hol dir den Ball. Hau ihn weg, Alter. Weg! Jungs, ihr wisst es, wenn wir uns... Ah, ich bin jetzt auch auf Null, ne? Nein, wo ist die Zone? Ah, Schürz! Oh, da ist die Zone. Nein! Nein! Was? Nein, 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 nein! Jetzt wird es wichtig. Jetzt wird es wichtig, Jungs. Nein! Hallo, ich treue mich nicht! Jetzt wird es sehr wichtig. Was? Komm, an! Nein, 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 nein. Das will ich nicht ... Ach! Da war nicht schlicht. Komm, eine Minute! Bitte nicht. Nein. Bitte nicht. Nein. Bitte nicht. Dicht machen da hinten! Mach ihn rein! Nein! Nein! Nein, das ist doch so knapp. Oh, den gönnst du mir besser mal, ne? Nein, 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 nein. Den gönnt er mir nochmal. Nein, schießt nicht, dann gönn mir doch einen Angriff! Nein! Ey, was ein Game, Mann. Aber macht Bock. Das ist nice, ja. Ich finde, so was ist einfach, weil wir die ganze Zeit nur normal zocken, ist das so zur Abwechslung richtig, richtig geil. Also, ich finde, der Game Changer, das spielentscheidende Tor war dieses von dir, wo ich auf den Pfosten geschossen habe, ne? Und du im Endeffekt dann den Ball gemacht hast, ganz genau. Mein Spieler gewinnt das Kopfballduell und spielt dir zu deinem, Alter. Nein, was ein Versager da hinten. Wer war denn das? Shit. Krass. Naja, hast du dir verdient. Bin gespannt, ob ihr da draußen auch schon mal kratzig gezockt habt. Wenn ja, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, ich meine, ich weiß, ihr wart wahrscheinlich für mich, aber trotzdem könnt ihr den Daumen nach oben da lassen, ne? Ich weiß. Ja, aber ist okay. Nächstes Mal gibt's dann den Revanch. Und abonniert natürlich den SK Gaming Channel für mehr FIFA 20 Videos mit mir, mit Tim. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Ciao, ciao. Bis dann.